Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unterschleißheim in 60 Sekunden. Heute eine ganz sportliche. Soeben wurde nämlich die neue Calisthenics Anlage im Valentinspark in Unterschleißheim freigegeben. Calisthenics bedeutet übrigens frei übersetzt aus dem Griechischen gute Kraft. Gemeint sind Körpergewichtsübungen. Es war ein vielfacher Wunsch im Bürgerhaushalt Outdoor-Sportgeräte im Valentinspark aufzustellen. Die neue Calisthenics Anlage bietet vielfältige sportliche Möglichkeiten für Ungeübte bis hin zu den ganz sportlichen. Es gibt viele Möglichkeiten Sport in Unterschleißheim zu treiben. Ich zum Beispiel gehe gerne zum Joggen, entweder in den Bergelwald oder an den Holländer See. Wichtig ist, dass wir alle Sport treiben. Bleiben sie fit!